Guten Morgen meine liebe Freundes und Freundinnen Riss. Ja, heute sind wir ganz spät dran. Das ist so, wenn ich meine Zweibeiner nicht wach mache, dann würde die den ganzen Tag schlafen. Ja, die würde den ganzen Tag verschlafen. Und ich habe einen Tag bei Frau Lieben rausgeschmeißt. Und ja, die war ganz glücklich. Ja, die war ganz glücklich. Ich glaube, das war so um drei Uhr rum, die Naht. Ich kann aber ganz dringend mit den Bändchen heben gehen. Dann hatte ich sie rausgeschmeißt. Und dann heute Morgen habe ich dann gedacht, naja, dann lasse ich sie ganz klein ein bisschen länger schlafen. Habe ich später gedacht. Und dann habe ich mich selber verschlafen. Haha, stellt euch vor, ich habe mich verschlafen. Also das ist ja sowas von seltenes. Ja, das hat Seltenheitswert. So, und dann habe ich meine Frau Lieben nicht wach gemacht. Und dann wird die nicht von der Lein wach. Die wird nicht von der Lein wach. Die brauche Wecker. Und das bin ich. Jawoll, ja. Also ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und morgen, morgen, morgen früh mache ich die wieder ganz früh wach. Ja, ne? Ja, da braucht ihr nicht so lange auf mich zu warten. Also bis dann, euer freundlicher Wecker, der Mowgli mit die weiße Socke.